Mein Name ist Ulrike Zuweil und das ist Zeichensetzung. Wilhelm IX. von Aquitanien Gefährten, ich werde ein Lied machen, das passend sein wird, und es wird darin mehr Albernheit geben, als es darin Vernünftiges gibt, und es wird ganz aus Liebe und Freude und Jugend zusammengemischt sein. Und ihr mögt den für unhöfisch halten, der es nicht versteht, der es keineswegs gerne drinnen in seinem Herzen auswendig lernt. Schwer tut sich der von der Liebe trennen, der sie nach seinem Sinn findet. Für meinen Sattel habe ich zwei Pferde, gut und schön, gut sind sie, und tapfer für das Waffenhandwerk und vortrefflich. Aber ich kann sie nicht beide behalten, denn das eine duldet das andere nicht. Wenn ich sie beide nach meinem Sinn zähmen könnte, wollte ich meine Pferderüstung nie woanders hinbringen, denn ich wäre besser beritten als irgendein Mann zu meinen Lebzeiten. Das eine war das schnellste, der aus den Bergen stammenden Pferde, aber es hat schon lange eine so ungebändigte Scheu und ist so wild und ungezähmt, dass es sich des Striegelns erwehrt. Das andere wurde hier unten bei Confoland großgezogen und noch niemals sah ich ein schöneres. Meines Wissens, dieses wird nie ausgetauscht werden, nicht für Gold und nicht für Silber. Denn ich gab es seinem Herrn als weidendes Füllen. Jedoch hielt ich mir so viel als Recht zurück, dass, wenn er es ein Jahr lang behielte, ich es mehr als hundert Jahre lang behalten könnte. Ritter Gebt mir einen Rat zu einem Problem. Noch niemals war ich wegen einer Entscheidung mehr in Verwirrung. Ich weiß überhaupt nicht, zu welchem Pferd ich mich halten soll, dem von Dame Agnes oder dem von Dame Arsène. Ich habe die Burg und die Bootmäßigkeit von Gimel und wegen Njöl bezeige ich allen Leuten gegenüber Stolz, denn beide sind mir durch Eid verpflichtet und verbirgt. Geoffrey Rüdel Wenn die Tage lang sind im Mai, gefällt mir der süße Vogelgesang in der Ferne. Und wenn ich ihm nicht mehr zuhöre, gedenke ich einer Fernliebe. Ich gehe von Verlangen niedergedrückt und gebeugt, so durch die Welt, dass nicht der Gesang der Vögel noch die Weißdornblüte mir mehr gefällt als der eisige Winter. Niemals werde ich mich der Liebe erfreuen, wenn ich mich nicht dieser Fernliebe erfreue, denn ich weiß keine Lieblichere und Bessere nirgends, weder nah noch fern. Ihr Wert ist so wahrhaftig und vollkommen rein, dass ich dort im Land der Sarazenen um ihretwillen gerne ein Gefangener genannt werden würde. Traurig und freudig zugleich werde ich mich von ihr trennen, wenn ich diese Fernliebe gesehen haben werde. Aber ich weiß nicht, wann ich sie sehen werde, denn unsere Länder sind zu weit voneinander entfernt. Sehr viele Engpässe und Wege gibt es da, und ich bin deshalb kein Prophet, aber alles sei, wie es Gott gefällt. Wohl wird mir Freude zuteil werden, wenn ich sie um Christi willen, um die Fernliebe bitten werde, und wenn es ihr gefällt, werde ich nahe bei ihr Herberge nehmen, obschon ich aus der Ferne bin. Dann wird das vollkommene Gespräch stattfinden, wenn ich der ferne Geliebte so nah sein werde, dass ich mit schönen Worten das Vergnügen genießen werde. Wohl halte ich den Herrgott für wahrhaftig, durch den ich die Fernliebe sehen werde, aber für einen Nutzen, der mir aus ihr zuteil wird, bekomme ich zwei Übel, denn so weit ist sie von mir entfernt. Ach, wäre ich doch dort ein Pilger, so daß mein Pilgerstab und mein Pilgergewand von ihren schönen Augen betrachtet würden. Gott, der alles schuf, was da kommt und geht und auch diese Fernliebe festlegte, gebe mir die Macht, denn die Lust dazu habe ich schon, dass ich binnen kurzem die Fernliebe wahrhaftig an einem geeigneten Ort sehen kann, so daß die Kammer und der Garten mir immer als Palast erschienen. Die Wahrheit sagt, wer mich begierig und sehnsüchtig nach der Fernliebe nennt, denn keine andere Freude gefällt mir so sehr, wie der Genuss der Fernliebe. Aber das, was ich will, ist mir so sehr verwehrt, denn mit einem solchen Schicksal begabte mich mein Pate, dass ich lieben würde und nicht geliebt werden würde. Aber das, was ich will, ist mir so sehr verwehrt, ganz verflucht sei der Pate, der mich mit dem Schicksal begabte, dass ich nicht geliebt werden würde. Wenn ich die Lerche ihre Flügel vor Freude gegen den Strahl der Sonne bewegen sehe und sehe, wie sie das Bewusstsein verliert und sich wegen der Süße, die ihr ans Herz geht, fallen lässt, ach, dann erwächst mir daraus ein so großer Neid, auf wen ich auch immer freudig sehe. Ich bin erstaunt, dass das Herz mir nicht vor Sehnsucht sofort schmilzt. Ach weh, so viel glaubte ich über die Liebe zu wissen und so wenig weiß ich in Wirklichkeit über sie, denn ich kann mich nicht davon abhalten, diejenige zu lieben, von der ich niemals eine Gunst haben werde. Sie hat mir mein Herz weggenommen und mich mir weggenommen und sich selbst und die ganze Welt und als sie sich mir wegnahm, ließ sie mir nichts als Sehnsucht und ein begehrendes Herz. Niemals hatte ich Macht über mich, noch war ich der Meine von der Stunde an, da sie mich in ihren Augen in einen Spiegel sehen ließ, der mir sehr gefällt. Spiegel, seit ich mich in dir spiegelte, haben mich die Seufzer von tief drinnen getötet, denn ich richtete mich zugrunde, wie der schöne Narziss sich in der Quelle zugrunde richtete. An den Damen verzweifle ich, niemals mehr werde ich sie in Vertrauen setzen, denn so wie ich sie zu verteidigen pflegte, so werde ich sie künftig im Stich lassen, da ich nicht sehe, dass nicht eine einzige mir in dieser Sache nütze. Derjenigen gegenüber, die mich zerstört und vernichten will, fürchte ich sie alle und misstraue ihnen, denn wohl weiß ich, dass sie alle gleich sind. Meine Dame gibt sich in dieser Beziehung wohl den Anschein einer Frau, weshalb ich ihr das vorwerfe, denn sie will nicht, was man wollen muss, und das, was man ihr verbietet, tut sie. Ich bin in Ungnade gefallen und habe wirklich gehandelt wie der Tor auf der Brücke, und ich weiß nicht, warum es mir geschieht, außer, da ich zu sehr hinauf auf den Berg stieg. In Wahrheit, die Gnade ist verloren und ich wusste es bisher durchaus nicht, denn diejenige, die davon am meisten haben sollte, hat überhaupt nichts davon, und wo soll ich sie sehen? Ach, wie schlecht scheint es dem, der sie sieht, dass sie diesen sehnsüchtigen, unglücklichen, der niemals ohne sie Gutes haben wird, sterben lässt, ohne dass sie ihm hilft. Da mir nicht Werbung und nicht Gnade und nicht das Recht, das ich habe, bei meiner Dame von Wert sein kann und es ihr nicht angenehm ist, dass ich sie liebe, werde ich es ihr niemals mehr sagen. So trenne ich mich von ihr und sage mich los, sie hat mich getötet und als Toter antworte ich ihr und ich gehe, da sie mich nicht in ihrem Dienst behält und unglücklich fort ins Exil. Ich weiß nicht, wohin. Tristan, ihr werdet von mir nichts mehr erhalten, denn ich gehe unglücklich fort. Ich weiß nicht, wohin. Vom Singen lasse ich ab und sage mich los und vor der Freude und der Liebe weiche ich aus. Der von Kührenberg Wenn ich alleine da stehe in meinem Hemd und ich an dich denke, edler Ritter, dann erblüht die Farbe meiner Wangen wie die Rose am Dorn tut und mein Herz bekommt manch traurigen Gedanken. Weiber und Beizvögel, die werden leicht zahm, wenn man sie richtig ködert, dann suchen sie den Mann. So warb ein prächtiger Ritter um eine schöne Dame. Wenn ich daran denke, so steht mein Mut in Hochstimmung. Ich stand so für mich gestern Abend spät an einer Zinne, da hörte ich einen Ritter sehr schön singen in Kührenbergers Melodie mitten aus der Menge. Er muss mir das Land verlassen oder ich nehme ihn mir für mich. Nun bring mir schnell mein Ross und meine Rüstung her, denn ich muss vor einer Dame das Land verlassen. Die will mich dazu zwingen, ihr geneigt zu sein. Sie soll nach meiner Liebe ewig darben. Albrecht von Johannsdorf Ich fand sie ohne Begleitung, die Liebenswerte allein. Nein, da sagte die Edle, warum geht ihr so allein daher? Herrin, es fügte sich so. Sag doch, warum seid ihr hier? Das müsst ihr mir jetzt sagen. Meine Sehnsucht klage ich, meine liebe Herrin. Ach, was sagt ihr da? Ihr seid kindisch. Ihr könnt eure Klage auch sein lassen. Herrin, ich kann nicht auf sie verzichten. Dann werde ich also in tausend Jahren euch nicht entgegenkommen. Nein, doch, meine Königin, dass mein Dienst so umsonst sein soll. Ihr seid nicht bei Verstand, mich in solchen Zorn zu bringen. Herrin, euer Hass tötet mich. Wer hat euch denn bester Mann dazu gezwungen? Das hat eure Schönheit getan, die ihr besitzt, liebliche Frau. Eure süßen Töne würden meine Treue schwächen. Herrin, das niemals so Gott will. Würde ich euch nachgeben, so wäre es ehrenvoll für euch, aber ich hätte den Spott. So lasst mir doch wenigstens die Genugtuung, euch immer von Herzen zugeneigt gewesen zu sein. Reicht es euch nur nicht bald, dass ihr mir unablässig eure Rede entgegenwerft? Findet ihr meine Reden nicht angenehm? Allerdings, es hat oft mein treues Gemüt belastet. Auch ich bin ganz treu, wenn ihr mir nur die Wahrheit zugestehen wollt. Folgt doch meinen Rat, laßt die Bitte fallen, die keine Erfüllung finden kann. Soll das mein Lohn sein? Gott mag euch anderswo den Lohn geben, den ihr davon mir begehrt. Soll mir also mein Singen und mein Dienst bei euch gar nichts nützen? Ihr sollt schon Erfolg haben. Ohne Lohn sollt ihr nicht bleiben. Wie meint ihr das, werte Herren? Dass ihr dadurch umso wertvoller seid und noch dazu in hohem Mute. Walter von der Vogelweide Unter der Linden an der Heide, da unser zweier Bette was, da mucket ihr finden, schone Beide, gebrochen Blumen und Gras, vor dem Wald in enem Tal, Tanderadei, schone sank die Nachtigall. Ich kam gegangen zu der Ove, du, was min Friertl kommen eh, da wart ich empfangen, Heere Frove, dass ich selig bin, ihr Mamee, kusst er mich, wohl tusen Stund, Tanderadei, seht, wie rot mir ist der Mund. Da hätt er gemachet, also rieche, von Blumen ene Bettestad, des wird noch gelachet in ne Gliche, kommt ermen an dasselbe Pfad, wie den Rosen, er wohl mag, Tanderadei, merken, war mir's hohe Beklag. Dass er bei mir läge, wess es ihrmen, nur in Welle Gott, so schamt ich mich, wess er mit mir pflege, nirmen, nirmen, befinde das, wann er und ich und ein kleines Vogelin, Tanderadei, das mag wohl getrüfe sein. Unter der Linde auf der Heide, wo unser beider Lager war, da könnt ihr finden, schön gepflückt, Blumen und Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tanderadei, lieblich sang die Nachtigall. Ich kam dahergegangen in der Aue, da war mein Liebster schon da, da wurde ich empfangen als erhabene Herren, dass ich immer glücklich darüber sein werde. Küßte er mich? Wohl tausendmal, Tanderadei, seht, wie rot mir ist der Mund. Da hat er ein prächtiges Lager von Blumen und Gras gemacht. Darüber freute sich noch innerlich, wer denselben Weg entlang kommt. An den Rosen kann er noch Tanderadei erkennen, wo mein Kopf lag. Dass er bei mir gelegen hat, wüsste es jemand, was Gott verhüte, dann würde ich mich schämen. Was er mit mir tat, Niemals soll es jemand erfahren, außer mir und ihm und einem kleinen Vöglein, Tanderadei. Das wird ja wohl verschwiegen sein. Walter von der Vogelweide Herz, liebes Mädchen, Gott möge dich heute und immer beschenken. Könnte ich noch fester an dich denken, das würde ich gerne tun. Was kann ich dir anderes sagen, als dass mir niemand lieber ist? Ach, das tut mir sehr weh. Sie werfen mir vor, dass ich meinen Gesang solcher Niedrigkeit widme. Dass sie nicht verstehen, was Liebe sei, das werfe ich ihnen vor. Die Liebe hat sie nie getroffen. Wer Reichtum und Schönheit liebt, ach, wie liebt der schon. Bei Schönheit ist oft Mistgunst. Niemand eile sich zu sehr nach der Schönheit. Liebe tut dem Herzen wohler. Liebe geht vor Schönheit. Liebe macht Frauen schön. Schönheit kann dies nicht. Sie macht jedenfalls keinen Lieb. Was können sie darüber schon sagen? Was sie auch sagen, ich bin dir zugetan. Für mich ist ein Glasringlein so gut wie das Gold einer Königin. Hast du Treue und Beständigkeit, so fürchte ich nicht, dass mir je Herzeleid durch dich geschieht. Hast du aber diese beiden nicht, so möchte ich, dass du nie mein wirst. Aber oh weh, wenn das wirklich geschieht. Neidtart von Reuntal Auf sie war gerichtet mein ganzer Sinn. Für sie hab ich gedichtet. Sie sprach, wozu ist das gut? Ich kann euch nicht zeigen mehr an Gütern. Reuntal ist mein Eigen, das mir meine Mutter gab. Herren, das würde ich euch Gippen gappen. Herr, das sollt ihr Hippen haben. Der ich mich mit Willen zum Dienst empfahl, an der hab ich gesehen einen Gürzel rot. Was ich ihr auch schenkte, das war ihr nicht genug. Gläsern ist der Ring von Kupfer der Dorn. Ich sah ihn, es war ein schmaler Riemen, den bracht ein Ritter her aus Wien. Ich bin ihr nachgeschlichen in ein Feuerholz. Ihre Freude war groß durch einen stolzen Ritter. Ich bin ihnen nachgegangen, das machte mich unfroh. Es brauchte nicht lange, da drückte er sie da nieder. Er gab ihr sogleich in ihre weißen Hände etwas, das nennt man den Gimpelgampel. Als sie den Gimpelgampel in die Hände nahm, sie faßte ihn an der Wamme, er drückte ihn durch ihren Zorn, nun rühre du den Hotzel-Botzel schnell, damit der Gimpelgampel nicht ruht. Hurra! Hurra! Wer geht denn da? Bauten! Soglos geschafft!